Du fängst an mit dem hier. Als ob ich das jetzt wirklich vorlesen würde. Wow, Skate-Videos. Davon könnte man eigentlich echt mal mehr machen. Klingt nach einem Plan. Hast du Bock spontan? Ja, komm rum. Warte, ich hübsch mal rüber. Moment. Moin. Hallo. Danke für das ganze positive Feedback. Es ist zu heiß. War ein bisschen überrascht. Ich hatte heute gerechnet, dass Skaten mal wieder geil ist. Ich habe ein bisschen geübt in der Zwischenzeit. Hier sind ein paar Ollis. Moin. 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 Oh, nice. Was ist da los? Du fährst voraus, ich fahre hinterher. Das habe ich jetzt nicht mehr mit drauf, ne? Man ist nicht so wendig mit dem Skateboard. Du fährst, du Arsch. Ich habe das wirklich nicht drauf. Du fährst dich durch. Ich habe mich immer fast aufs Maul gelegt. Ja, hat sich gelohnt. War schön. Komm, lass jetzt drei Likes. Sprecher Boy. Sprecher Boy. Sprecher Boy. Das ist echt unsterwarm. Ich habe viel zu warm. Das ist übelst krank. Das war's. Das war's. Du bist krank. Ich bin für ein Hützeverbot. Ich bin für ein Hützeverbot. Ich bin für ein Hützeverbot. Das ist einfach zu heiß. Ich lauf heute wirklich aus, aber der Fahrtwind kühlt. Das war mega praktisch. Ich muss sagen, das muss ich nochmal machen. Ich komme, wenn du mal wieder Zeit hast, vorbei. Und dann skaten wir nochmal. Aber jetzt ist es einfach zu heiß. Ja, aber für die nächsten drei Monate reicht es nicht mehr mit Sport. Deswegen können wir erstmal fast sagen. Stopp. Junge, du Wichser. Jetzt bist du dann, du Arsch. Komm her. Jetzt fühle ich mich gut. Jetzt kann ich auch nochmal Kaffee trinken gehen. Ich muss sagen, der Kaffee ist relativ geil. Ich muss auch sagen, du kannst zu Hause so viel davon haben, wie du willst. Du hast keine 10.000 Euro Kaffeemaschine, aber das ist dann egal. Das ist dieselbe Marke wie Peter McKinnon. Wer ist auch noch Peter McKinnon? Dieser irgendwie kanadische Kamerayoutuber. Ah, ja, ja, stimmt. Der Typ ist noch alles. Ja, das ist so krank. Dieses Mankerbrauch ist so richtig stark. Ja, ich freue mich so drauf. Ich habe auch richtig Bock, das zu zeigen. Aber ich glaube, mein Handy packt das einfach nicht. Das ist nach 5 Minuten der Akku leer. Hey, guck mal, das geht mit jemandem oder was? Da denkt ihr gerade, jemand direkt es geht? Trotzdem noch 5 Minuten der Akku leer. Safe, ja. Das ist halt das Problem, wenn es wiedersehen. Dann werden wieder 10.000 Leute mit dem Akku bei Licht rumlaufen und gehen abkühlen.